Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Toy Review heute mit Transformers Robots in the Skies Bumblebee in der Heroes Variante und ja diese Heroes Variante ist quasi wie die Generations Deluxe Figuren allein nur eben hier mit einem neuen Begriff der Hero Class ja was macht diese Figuren Serie so besonders sie ist quasi die neue Art der Fernsehserie die in Richtung Transformers Prime geht und ja sie hat einige nette interessante Features die Figur unter anderem ist bei dieser Figurenline zum Beispiel dieser Sticker der hier vorne dran ist mit einem Code versehen der in diesem Ring versteckt ist und es gibt eine App die man runterladen kann fürs Handy oder fürs Tablet und wenn man diesen Ring jeweils scannt mit der Kamera kann man quasi diesen Charakter in dem Spiel freischalten und dann quasi gegen die Gegner antreten und Decepticons einfangen ja diese Figur selbst ist sehr nice muss ich ganz ehrlich sagen sie ist jetzt wie gesagt eine Deluxe Class Größe und allgemein von der Größe kann man sie wirklich mit normalen Deluxe Class Figuren vergleichen ich gucke gerade mal ob ich etwas in der Nähe habe was der ungefähr die gleiche Größe aufweist so ich hatte hier zum Beispiel einmal den Generations jetzt muss ich gerade mal überlegen wie hieß er Cliffjumper hieß er glaube ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ja Asche über mein Haupt dann haben wir noch als Vergleich Movie 4 den Crosshairs also da seht ihr ungefähr mal wie der Größenunterschied quasi ist also es ist wirklich Deluxe Size Größe einfach nur klasse die Figur auf jeden Fall und sie macht echt was her um jetzt einfach mal zur Figur zurück zu kommen die Figur selbst die Figur selbst wird wie gesagt ziemlich einfach geliefert sie ist eine Mischung aus den One-Step Magics und den ja den Flip and Change so in etwa und gleichzeitig der Generations Line so ich zeige euch das einfach mal diese Figur ist in sieben Schritten effektiv verwandelbar sehr einfach gehalten wie gesagt es ist eine super geile Figur ich kann sie jedem empfehlen und hier sehen wir jetzt dann zum Beispiel das mit dem Code wie er den einscannt und quasi in-game hier den Charakter sowie Waffen freischaltet ja ansonsten halt noch so ein bisschen Erklärung noch mit unten drunter vorne in der Verpackung wird er quasi in einer Blisterpackung geliefert mit seinem Energieschwert ja und ansonsten obendrauf haben wir noch das schöne Artwork mit seinem Energieschwert und ja unten haben wir noch so ganz klein so ein Produktkatalog mit allen drei weiteren Charakteren Steeljaw, Grimlock und Strongarm vor allem Strongarm ist ein weiblicher Charakter was sehr interessant ist auch wenn er nicht so aussieht so um jetzt einfach mal zu der Figur zu kommen die Figur wird wie gesagt geliefert mit diesem schönen durchsichtigen Schwert sehr klassisch kristallin quasi gearbeitet aus PVC trotzdem ziemlich cool und auch Bumblebee selbst hat ein ziemlich gut aussehendes Gesicht muss man sagen ähm bisschen asymmetrisch durch das Grinsen hier vorne ansonsten gut gemacht Lightpipe Funktion hat er auch und äh ansonsten die Flügel wie gesagt die Türen ähm haben hier hinten kleine Zahnräder drin und hier unten sind so kleine Zähnchen die quasi ähm das in Position halten das heißt also sehr äh ja sehr stark befestigt ist dadurch nicht einfach so dass sie mal runterrutschen ausleiern oder wie auch immer die Füße selbst äh sind ziemlich schlicht gehalten in der Bewegung ein wenig eingeschränkt durch hier hinten diese Scheiben das heißt ineinander schieben ist wirklich schwer möglich ansonsten Bewegung ähm ja man kann die Knie quasi um ja annähernd 90 Grad ähm quasi anwinkeln nicht ganz dann hat er noch ein Hüftgelenk ähm und Oberschenkelgelenke Hüftgelenk wie gesagt er kann die Hüfte auch drehen ähm unten die Füße lassen sich nur oben nach unten anwinkeln die Arme selbst wenn jetzt hinten die Türen zurück winkt kann man auch um 360 Grad drehen dann ganz mal ins Ellbogengelenk zur Seite drehebar hoch runter die Hände selbst sind fest so und die äh die oder wie gesagt der Kopf ist auf einem Balljoint lässt sich äh ziemlich schwer drehen muss ich dazu sagen liegt aber vielleicht an meiner Figur und ja wie gesagt die das Schwert kann man ihm in die Hand geben sieht ziemlich freaky awesome aus muss ich sagen und ja ich bin ganz froh dass ich die Figur bekommen habe sie ist ab sofort im Handel erhältlich ab Januar 2015 und äh sie liegt vom Preis her in etwa zwischen äh 17,99€ und 21€ lohnt sich auf jeden Fall zuzuschlagen wie gesagt vier Stück sind es momentan in der Wave 1 mit äh also vier Charaktere in der Warriors-Class Größe und kommen wir jetzt doch einfach mal zur Verwandlung wir haben jetzt hier einfach mal weil die Figur natürlich auch im Roboter-Modus präsentiert wird einfach jetzt mal angefangen mit dem Roboter-Modus und gehen jetzt in den Fahrzeug-Modus über der Fahrzeug-Modus ist ziemlich simpel ihr klappt einmal hier unten die Füße nach oben dann drückt ihr die Beine hier unten zusammen die sind so zwei kleine Packs die müssen aneinander greifen und dann drückt ihr richtig fest die Füße zusammen bis sie miteinander abschließt anschließend dreht ihr hier hinten beim Dach die Packs zusammen die Füße hier unten wenn ihr die rumdreht bilden automatisch die Schuhstange und die Lichter anschließend dreht ihr hier einmal diese komplette Hüfte einmal herum so dann dreht ihr die Arme gerade das ist ganz wichtig anschließend dreht ihr hier vorne die Arme nach unten so die Figur greift quasi hier unten mit den Händen in ja in so eine kleine Zwischenwand das ist sehr wichtig beachtet das bitte denn sonst ist die Verwandlung ziemlich fehlerhaft und kann im schlimmsten Falle sogar zur Beschädigung der Figur führen ansonsten dreht ihr jetzt hier dieses komplette Teil einmal nach hinten und klappt es über den Kopf vom Bummery und klappt es einfach mal zu so und jetzt kommt der Teil der eigentlich mit am schwierigsten ist ihr klappt das Dach komplett zurück dass es hier oben einrastet so und jetzt und wie gesagt das ist mit dieser schwierigste Teil diese Türen einmal komplett nach unten winkeln und hier quasi hereinschieben und die müssen jetzt an zwei Punkten befestigt werden einmal hier vorne und einmal hier unten das heißt ihr schiebt sie hier einfach rein und zieht sie hier nach außen und drückt sie hier gleichzeitig rein so aufpassen dass das Dach richtig miteinander verbunden ist das gleiche macht ihr hier einmal hier rein hier unten befestigen und schon habt ihr Bumblebee in seinem Fahrzeugmodus sehr einfach gehalten ich finde hier fehlen ein bisschen die Paintjobs finde ich ein bisschen schade hier hätten wir vielleicht rote Lichter sehr gut gepasst hätte der Figur einen deutlich geileren Touch gegeben die Räder sind komplett in schwarz kalt in einem Guss ohne Bemalung finde ich ein bisschen schade hier hätten auch silberne Paintjobs oder blaue Paintjobs deutlich besser gepasst aber ansonsten ist diese Figur gegenüber des Camaros oder der Sportcar ich weiß nicht welches Car es war ich glaube auch ein Camaro aus der Primeline auf jeden Fall ebenwürtig diese Figur selbst ist sehr bulky sehr eckig, sehr kantig aber das tut eben keinen Abbruch absolut super geile Figur hier hinten sehen wir nochmal das Autobot Symbol wir können jetzt nochmal so umdrehen das sieht man also einwandfrei finde ich super ansonsten das Schwert hat auch die Möglichkeit hier unten zu befestigen hier sind zwei Pins und hier sind zwei Schlitze jeweils drin das heißt ihr steckt ganz einfach das Schwert so dran und schon könnt ihr es unter dem Fahrzeug befestigen so dann habt ihr hier gleichzeitig einen Auspuff und ja er rollt ziemlich gut trotz Schwert finde ich super absolut gelungen und wenn ihr jetzt mal die Figur im Vergleich seht Fahrzeug zu Roboter es passt absolut und auch die Größenverhältnisse passen perfekt zueinander gefällt mir auf jeden Fall ja ich verwandle die Figur jetzt einfach nochmal zurück ganz einfach Schwert entfernen Türen hier unten lösen so hier ist es gleich nochmal am besten ja drückt ihr hier die Mutterhaube nach oben und hier nach oben und drückt gleichzeitig die Tür nach unten und schon habt ihr es gelöst ist eigentlich der einfachste Weg dreht ihr es einfach nach unten das ganze Rückenmodul quasi anschließend dreht ihr die Scheiben nach vorne dieses komplette Rückenmodul nach hinten dann nach unten winkeln die Arme nach oben drehen den kompletten Torso einmal drehen und die Beine unten nach unten drehen dann separieren voneinander und schon haben wir wieder Bumblebee verwandelt so das war es dann auch heute für den oder wie gesagt das Review von Bumblebee und ich hoffe es hat euch gefallen die Figur kriegt von mir auf jeden Fall volle 10 von 10 Punkten sie macht echt was her Paintjobs ok 9 von 10 ansonsten Verwandlung 1a weniger ist manchmal mehr gefällt mir auf jeden Fall echt spitzenmäßig und ja würde mich freuen wenn ihr mir ein Review unter äh Quatsch ein Review ich bin heute auch durcheinander wenn ihr mir eine Beurteilung unterlasst oder wenn ihr mich einfach weiterempfehlen würdet ich würde mich natürlich sehr freuen und wir sehen oder hören uns das nächste Mal bis dahin ich wünsche euch was euer Rex4 erste Mal in w w w w w w